Hallo, liebe Dritt- und Viertklässlerinnen und Dritt- und Viertklässler. Ja, wir treffen uns heute zum nächsten Video. Es kommt noch der neue Song, aber es kommen ganz viele andere tolle Sachen auch, die ich hoffe, dass ihr gut mitmacht und Spaß dabei habt. Bevor wir anfangen, machen wir uns einmal warm. Ich bin hier ganz kurz draußen, bevor es gleich reingeht. Einmal warm machen. So, richtig rein. Gut. Reibt auch mal euer Gesicht. Richtig doll, damit ihr wach werdet. Egal, ob es jetzt morgens oder abends bei euch ist. Einmal die Schultern. So, sehr gut. Und jetzt einmal die Hände so. Und jetzt guckt mal Kaugummi-Kauen. Ich gehe mal näher. Schön verzieht mal euer Gesicht. Und macht mal so M-Töne dabei. Die Schultern auch noch mitnehmen. Sehr gut. Sind eure Lippen loko? Könnt ihr noch lächeln? Gut. Dann macht ihr einmal A-I-I-U-U. So doll ihr könnt. Nochmal. Gut. Einmal küssen. Und lächeln. Nochmal. Und lächeln. Gut. Nochmal ausschlagen. Gut. Gut. Ein bisschen springen. Und ihr müsst auf jeden Fall stehen. Ja? Damit wir gut singen können. Gut. Es geht los. Ja. Direkt mit Mach mal halb lang. Heute machen wir es richtig mit dem Kanon. Ihr werdet es gleich sehen. Wir singen es einmal gemeinsam durch. Und dann singt ihr entweder, wenn ihr unsicher seid, mit mir, mit dem grünen T-Shirt, von vorne durch. Oder ihr setzt etwas später ein. Ihr müsst aber aufpassen, wann ihr einsetzt. Und zwar immer... Und dann fängt man von vorne an. Ihr seht das ja gleich oben an den Seiten, wenn ich die anderen Stimmen auch mehr singe. Okay? Gut. Los geht's! Mach mal schneller, mach mal schneller, mach mal ein bisschen flott. Im Mathebo, im Mathebo trödel ich mein Gott. Kleiner T-Shirt, sag mir mein Verstande. Mach keinen Stress, Mann. Sonst kommt die Pester. Mach mal schneller, mach mal schneller, mach mal ein bisschen flott. Im Mathebo, im Mathebo trödel ich mein Gott. Mal schneller, mach mal schneller, mach mal schneller, mach mal schneller. Mal schneller schülder ist mein Gott. Mal schneller, dione T-Shirt, sag mir mein Theater. In Mathebo, im Mathebo trödel ich mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war richtig gut. Super habt ihr das gemacht. Halleluja. Ich würde ja gerne wissen, ob ihr so hoch kommt momentan. Ich kann das ja nicht sehen. Aber ich würde es sehr gerne wissen von euch, wie hoch etwa der mit dem Halleluja schon kommt und ob ihr damit klarkommt. Also, wir singt es heute im Kanon. Heute ist unser Kanontag. Und ja, so wie bei den anderen auch, bei den anderen Kanons, wenn ihr sicher seid, könnt ihr später einsetzen. Wenn ihr unsicher seid, dann singt einfach durch. Das ist immer einfacher. Okay, ja? Wir machen es zweistimmig heute. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Nochmal, aber zusammen, ganz langsam. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es spielt der Hirte aus deiner Scheinball. Jetzt machen wir's mit Gesang. Einmal zusammen. Und ihr singt einfach mit mir weiter. Ich werde im Kanon noch singen, aber ihr achtet einfach auf mich, okay? Gut. Aber dann hört ihr's. Und wer sich traut, kann natürlich auch schon einsetzen und den zweiten Kanon probieren. Gut. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es spielt der Hirte auf seiner Scheinball. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es spielt der Hirte aus seiner Scheinball. Es spielt der Hirte aus seiner Scheinball. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es spielt der Hirte aus seiner Scheinball. Es spielt der Hirte aus seiner Scheinball. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder. Es spielt der Hirte aus seiner Scheinball. signedball. ειαhtией. 拜拜. Das hat gut geklappt, oder? Schön. Wir singen jetzt zusammen nach dieser Erde. Letzte Woche haben wir damit begonnen. Jetzt einen Schritt weiter, direkt mit Musik. Ich mach noch mal vor. Ihr macht nach. Am zweiten Mal singen wir zusammen und beim dritten Mal singt ihr alleine. Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wäre. Darum Menschen achtet und trachtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sich still die Sonne umkreist? Zusammen. Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wäre. Darum Menschen achtet und trachtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sich still die Sonne umkreist? Wie heißt ihr? Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen. Und wenn sich still die Sonne umkreist? Sie sind die Sonne. Und wenn sich still die Sonne umkreist? Wie heißt ihr? Und wenn sich still die Sonne umkreist? Ich war in den Hills von L.A. Zwischen den größten Legenden der Welt Ich war am Hafen Marseilles Hast den Fisch dort direkt aus der See Ich war im Herzen der Gandas Genoss die Wärme der Nächte Kampalas Bin durch die Hügel gewandert Auf dem irischen Wicklow bei Doppel Und ich guck schon wieder auf mein Handy Denn mein Kopf ist bei dir Mann, Mann, seh ich dich endlich Ich schick ein Herz in Rot zu dir Es gibt schon nach 94 Länder Ich will jedes davon sehen Es gibt 6,5 Tausend Sprachen Ja! Also, wir machen... Und ich seh schon wieder auf mein Handy Und mein Kopf, denn mein Kopf ist bei dir Also ihr nochmal Und ich schau schon wieder auf mein Handy Und mein Kopf ist bei dir Mann, wann seh ich dich endlich Schick ein Herz in Rot zu dir Mann, wann seh ich dich endlich Schick ein Herz in Rot zu dir Mann, wann seh ich dich endlich Schick ein Herz in Rot zu dir Gut Zusammen einmal Und ich seh schon wieder auf mein Handy Wenn mein Kopf ist bei dir Wenn mein Kopf ist bei dir Wenn mein Kopf ist bei dir Dann dann seh ich dich endlich Schick ein Herz in Rot zu dir Und ihr Und dann kam Sam, Sam Es gibt 194 Länder Ich will Jagdavon sehen Ihr Sechseinhalbtausend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Sechseinhalbtausend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer. Die ganze Welt voll Abenteuern. Die ganze Welt voll Abenteuern. Die ganze Welt voll Abenteuern. Von vorne? Ich mach vor. Du bist dir schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Und dann seh ich dich endlich, schick ein Herz in Ruhe zu dir. Ihr. Schau, schau. Wenn mein Kopf ist bei dir. Und dann seh ich dich endlich, schick ein Herz in Ruhe zu dir. Und dann kommt... Dann, dann, dann. Es gibt hundertvierundneunzig Länder, ich will jeden davon sehen. Ihr. Es gibt hundertvierundneunzig Länder, ich will jede davon sehen. Sechseinhalbtausend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Sechseinhalbtausend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuern, will so viel wie's geht erleben. Ihr. Die ganze Welt voll Abenteuern, will so viel wie's geht erleben. Habt ihr's? Gut. Aber dich, Baby dich, nur dich, gib's nur einmal für mich. Ihr. Aber dich, Baby dich, nur dich, gib's halt einmal für mich. Okay. Gut. Zusammen. Aber dich nochmal. Aber dich, Baby dich, nur dich, gib's halt einmal für mich. Gut. Zusammen. Und ich seh schon wieder auf mein Handy. Eins, zwei, drei. Und ich seh schon wieder auf mein Handy, denke mein Kopf ist bei dir. Wann, wann seh ich dich endlich, schick ein Herz in Ruhe zu dir. Äh, zu dir. Und dann kommt. Es gibt hundertvierundneunzig Länder, ich versuch sie zu ver... Äh. Oh. Ich will jeden davon sehen. Sechseinhalbtausend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll abenteuern, will so viel wie's geht erleben. Aber dich, Baby dich, nur dich, gib's halt einmal für mich. Zu beleid. Ja. Das ist, um durcheinander zu kommen. Okay. Und dann kommt jetzt weiter. La la la. Dann kommt dieses La la la. Ja. Gehen ein bisschen zurück. Wir gehen nach vorne. La 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 la. La 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 la. Habt ihr gesehen? Gehen wir auch noch weiter zurück, dann seht ihr beide Füße. Jetzt. La 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 la. La 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 la. Ich mach's mal in Zeitlupe. Wir machen's zusammen. La 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 la. La 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 la. Gut. Hier einmal allein. Und wieder rein. Wie? Hat ihr's? Okay. Und dann gehen wir zurück. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Zurück. La 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 la. La la la. Nach vorne. La 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 la. La 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 la. Zurück. La 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 la. La 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 la. Nochmal. Die ganze Welt voll Abenteuer, wäre so viel, bis geht ihr Leben. Ihr. Die ganze Welt voll Abenteu, wäre so viel, bis geht ihr Leben. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, und so weiter und so fort. Super, bis dahin erstmal. So, ich bin jetzt nochmal nach Hause gefahren, weil wir singen jetzt das Lied einmal am Klavier, um die Melodie besser hinzukriegen. Okay, aufgepasst, Mark Forster hat eine sehr hohe Stimme, eine männliche Stimme. Wenn wir das nachsingen würden, ist es total hoch für uns. Darum habe ich das Lied tiefer geschrieben, dass wir so in der Mitte sind. Also es ist trotzdem dann recht tief für uns, aber dann auch trotzdem sehr hoch, weil der hat einfach so einen großen Umfang. Okay, den Teil, den wir gerade getanzt haben, den singen wir jetzt nur. Ich sing vor, wir singen vor. Ich komm schon wieder auf mein Handy, ja, ich komm schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir, ja, denn mein Kopf ist bei dir. Und wann sehe ich dich endlich, ja, und wann sehe ich dich endlich, ich, ich schicke ein Herz und Ruhe zu dir, ja, ich schicke ein Herz und Ruhe zu dir. Letztes Mal, ne, ihr merkt, ihr macht einfach mit mir zusammen, ist am einfachsten. 1, 2, ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir, ja, und wann sehe ich dich endlich, ich schicke ein Herz und Ruhe zu dir. Ja, irgendwann sehe ich dich endlich, ganz kurz einatmen und so weiter geht's, ne, es ist wirklich nur. Und wann sehe ich dich endlich, ich schicke ein Herz und Ruhe zu dir. Okay? Daran denken. Es geht weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon mitsingen, aber singt leise, damit ihr ganz genau hört, ob alle Wörter stimmen. Ich glaube, dass ihr die Melodie im Kopf habt, wenn ihr das schon oft gehört habt bei dich. Da gehe ich von außen. Wir zählen eins, zwei, es gibt hundertvier, okay? Eins, zwei, es gibt hundertvierundneunzig Länder, ich will jedes davon sehen. Sechseinhalbtausend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Wie ganze Welt von allen Teilen, wie so viel wie's geht in allem. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich. Und dann geht's weiter. Wir machen's nochmal. Denk dran, ne, es gibt hundertvierundneunzig Länder, ich will jedes davon sehen. Sechseinhalbtausend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer will so viel wie's geht erleben, aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich. Ihr einmal. Gibt's halt einmal für mich, ne, gibt's halt. Ist ein bisschen schwierig, kriegen wir aber hin. Okay, einmal nochmal gemeinsam. Es gibt, ne, eins, zwei, es gibt hundertvierundneunzig Länder, ich will jedes davon sehen. Sechseinhalbtausend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer will so viel wie's geht in allem. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich. Und dann mich. Mach mit. Das wiederholt sich. Okay, super. Von vorne bis zu dem La 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 La. Okay, einmal durch, ja. Konzentration. Ich mach selber manchmal noch Fehler, weil da so viele kleine Wörter drin sind, die muss man wirklich auswendig kümmern. Eins. Ich knick schon wieder auf mein Handy. Denn mein Kopf ist bei dir. Einmal sehe ich dich endlich. Ich schick die Herzen zu dir. Eins. Zwei. Es geht um an für neunzig Länder. Ja, ich will jedes davon sehen. Sechseinhalbtausend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer will so viel wie's geht in allem. Aber ich, wenn ich, für dich, gib's halt einmal für mich. La, 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 la. Ja, la, 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 la. Gut. So ihr Lieben. Ja, jetzt singen wir das Ganze und tanzen dabei nochmal zusammen. Zweimal am besten. Und dann sind wir auch schon fertig. Okay, los geht's. Und dann sind wir auch schon fertig. 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 Und dann sind wir auch schon fertig.